Schauen wir mal weiter. Jetzt bin ich gerade gut drauf. Jetzt mache ich weiter. Vielleicht kriege ich ja noch noch eine PB. Aber 11.22 ist ziemlich stabil. Das war so, was ich mir für heute vorgenommen hatte. Zumindest meine 13.18. So die zwei Minuten, die Carina spart. Eigentlich spart Carina nur eineinhalb Minuten. Das heißt, ich habe mich tatsächlich verbessert sogar. Aber ja, das war mein eigentliches Ziel für heute. Das habe ich zumindest mal erreicht. Das war's. Das war's. Meinst du die Waagerechte? Du bist ein Vampir, dann hängst du von der Decke runter. Trotzdem gute Nacht. Der Senkrecht ist unten nach oben, oder von oben nach unten. Waagerecht ist flach. Und so. Aber egal. Hallo? Weniger trinken, ja. Kein Alkohol ist auch keine Lösung, ich sag's dir. Bis dann. Oh boy. Ich hab's verbockt. Aber ich krieg eh keinen Goldsplitter mehr, also ist wurscht. Ich hab's verbockt. 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 Uff, das ist ne gute Zeit, glaub ich. Oh yeah. Minus 5 Sekunden, die ich haben wollte. Nice, gute Eclipse. Pfff. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Oh boy, so viel Zeit verloren. Oh, viel Zeit verloren. Das war super gut geworden. Hat zwar einen Haufen Seil verloren, aber vielleicht kriege ich es wieder raus. Okay. 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 tief mittlerweile. Okay. Okay. Oh. Also ich habe mich definitiv verbessert. Sub-11 ist mein Ziel. Also, keine Ahnung. 10 Minuten 55 oder sowas wäre ziemlich nice, wenn ich das noch hinkriegen würde. Dann würde es mir theoretisch erstmal reichen. Warst du gestern? War gestern hier. Gestern habe ich nicht gestreamt. Die neue Strat wurde erst heute Nacht erfunden. Beziehungsweise vor 24 Stunden genau. Die neue Strat, die jetzt noch mal 2 Minuten vom Weltrekord abgezogen hat, die Strat wurde vor ziemlich exakt 24 Stunden gefunden. Aber ich wollte gestern um 3 Uhr nachts nicht mehr anfangen zu streamen, um PBs zu cryten. und deswegen habe ich heute erst angefangen. Ich glaube, das ist meine erste PB ohne einen Goldsplit. Ich weiß nicht, ob ich andere PBs schon mal gemacht habe ohne Gold. Ja, aber ja, wunderbar. Oh, wie lange ich heute noch mal weiß, wie viel Uhr es denn? 2 Uhr 49. Ja, theoretisch kriege ich doch bis 3 Uhr einen rein. Run. Oh ja, früh schlafen gehen. Jeden Tag sage ich, oh ja, ich gehe ein bisschen früher schlafen, dann wird es doch 5 oder sowas. Das ist zum Kotzen. Der gute alte Gabon ist tot. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Musik 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 Die Credits, was länger sau ran? Möglich, ich weiß gar nicht, wie lange die Credits gehen. Hey RJ, 11.8, yes. Hey RJ, 11.8, yes. Ja, der Ocarina skip ist, Ocarina skip alone ist 1.5 Minuten, pure time save. So I got 1.5 Minuten free, and I think 40 seconds normal PB on top of the free time save, I think. Maybe more than 40 seconds, I know. Thank you. RJ, RJ is washed up. I mean, he could definitely do better than I. He still has better movement. If he could finally find out how the rocks work. But it seems, he's not the rock guy. Still, my movement is awful. Alone from house to sword, I lose like, three seconds to world record. I have no idea why and how. It's crazy. This dude is just incredible. People are now hovered. You we know how good things will happen. Well, I don't know. You know what, you never know. Harinafunction. I love it, I love it. You too. You are anybody there.